Und hi Leute, ich bin's, Juxi, back nach dem Start zu diesem neuen Video. Und zwar, Leute, in den letzten Tagen noch so einen Kanal, JanikTube heißt er, glaube ich. Ja, ich blende euch den an dieser Stelle mal ein. Ja, auf jeden Fall, dieser Kanal hat ein Reaction-Video über einen Prank von mir und meinem Freund Lennart gemacht. Und ja, dann reagieren wir einfach mal auf die Reaction, auf eine Reaction. Ihr seht schon, Mikrofon ist da und ja, würde ich sagen. Und Leute, ich war beim Friseur, ist eigentlich scheißegal, würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich. Und zu Anfang, das ist mein Kanal, checkt ihn auf jeden Fall ab. Richtig Schakosell Mais. Zum Beispiel hier, Bombszenario mit einer neuen Map, ich komme, Critical Ops, könnt ihr euch gerne ansehen. Weiter mit dem Video, viel Spaß. So Leute, jetzt sind wir bei dem Kanal von JanikTube angekommen. Und Leute, ihr seht vielleicht schon, dummer Junge macht extrem schlechten Prank. Ähm, und ja, hab ich mir schon angeschaut. Und ähm... Leute, bevor wir loslegen... Leute, bevor wir loslegen, gebt dem Video unten schnell ein Like und drückt auf den roten Abo-Button, damit ihr mich abonniert. Ähm, ist kostenlos. Und drückt rechts daneben auch noch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos und Benachrichtigungen und so weiter verpasst. Ich würde sagen, let's go! Alter, Leute, es stürmt gerade so heftig. Oh mein Gott. Ich hoffe, das hört man nicht. Im Mikro müsste es eigentlich... nicht aufnehmen. Oh Gott. Sieht auch mal ganz bösen Sturm aus. Egal, Leute. Ähm, auf jeden Fall. Wir fangen jetzt an. Ich schneide natürlich nur, ähm, das Video von mir rein, weil der hat auch, äh, ein paar andere YouTuber reacted, sag ich jetzt mal. Und ich würde sagen, spuren wir vor, wo er, äh, bei mir reacted. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich. Ähm, Janik Tube, ich heiße Juxi Magic, ähm, falls du es noch nicht wusstest, ist ein schwerer Name, aber ich habe ihn mal einfach ausgesucht. Keine Ahnung warum, so wie du halt Janik Tube heißt, habe ich mich halt Juxi Magic genannt. Und ja, wir sagen wir mal weiter. Keine Ahnung, dass es fähig sein muss. Leute, meine Aufnahme ist gerade ganz kurz abgeschissen, aber ich hoffe, das hat gerade nicht gestört. Machen wir weiter. Leute, ich mache mal kurz ein bisschen bessere Qualität. Nee, weil ich will hier ja, ich will ja, dass ihr gut, äh, ich will ja, dass ihr, egal. Was? Der fuck? Da darf man schon eigentlich, dass es fähig sein muss. Warum? Das dauert schon lange, das dauert immer so lange. Das ist richtig. Ja, Digga, wenn, wenn du scheißen musst. Janik Tube, das ist, ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn du scheißen musst, erwarte ich nicht von dir, dass du 30 Sekunden brauchst, um zu scheißen. Ja. Und diese scheiß Flugzeuge! Ja, was da real Crane oder... Ja, ist ein... Alles klar! Mach halt noch mehr Unverreinigung in dein Mikro. Mach halt noch mehr Unverreinigung in deinem Mikrofon. Meine Güte, ey. Und, ähm, ja. Oh mein Gott. Und dann dachten wir so, nee, weil ich jetzt, weil ich hier schon im Blick hier alles so und er hatte hier so eine Chipschale. Mhm. Und dachten wir so, Salz. Solpi will ich sagen, Solpi. Was? Salz rein. Ja, okay, ich will es rein. Alles klar. Hä, ich dachte, der braucht nur so lange. Warum muss er es denn dann richtig schnell machen? Ja, weil er vielleicht das Video schon seit über zwei Minuten aufnimmt und ich, ähm, auf dem, und, ähm, ich gerade auf dem Klo bin. Und dann habe ich ihm, also, Leute, ich erzähle euch mal die Geschichte. Ähm, so. Leute, ich habe ihm, ähm, gesagt, ich muss kurz scheißen. Dann können wir gleich ein Critical Ops Video machen oder irgendein, äh, äh, Gaming Video. Ich muss kurz scheißen. Also er hat mir später erzählt, ähm, was halt abgelaufen ist. So, ähm, dann habe ich nur Stimmen gehört, aber ich habe irgendwie halt nur gedacht, der probt irgendwie für ein Video. Und dann hat er doch einen Pranker mitgemacht. Leute, ich weiß nicht, was mit meinem Aufnahmeprogramm irgendwie heute los ist. Aber ich erzähle euch die Geschichte jetzt weiter. Ähm, also die Geschichte war dann so, ich habe ja, wie gesagt, halt irgendwie Stimmen gehört, weil ich gedacht habe, der probt. Und dann bin ich reingekommen, äh, habe ich gesehen, Softbox und so, war alles schon an. Und, ähm, ja, habe ich gedacht, wirklich, er probt wirklich so für ein Video. Und dann habe ich gesehen, ähm, dass er die Chipschale, also noch Chips, äh, kurz gegessen hat. Und dann hat er sein Gesicht so verzogen und da habe ich irgendwie, ähm, da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch nicht. Und da hatte ich schon eine leichte Ahnung, was irgendwie war, aber ich habe nicht gedacht, dass er mich jetzt mit Salz prankt oder so. Aber, ähm, er hat sein Gesicht ein bisschen verzogen, als er reingekommen ist und dann halt einen Chip genommen hat. Er hat da sein Gesicht ein bisschen verzogen, also, ja. Und, Leute, das hat man sofort gemerkt, dass da Salz drauf war, weil der Salz ist auf meine Zunge gefallen. Und ich habe sofort gemerkt, das war wirklich kein Fake. Wenn das ein Fake-Video ist, dann lösche ich meinen Kanal. Leute, wenn das ein Fake-Video, ein Fake-Prank war, was keiner ist, dann lösche ich meinen Kanal. Es ist nämlich kein Fake. Okay? Okay, weiter. The fuck? Ja, Zeitraffer, super. Locker ist da gar kein Salz. Doch, da ist Salz. Jetzt kann ich mal verraten, wenn da gar kein Salz ist. Guck mal, da hin. Wo siehst du da kein Salz? Da! Leute, ist der irgendwie... Ich will dich zwar nicht beleidigen, wenn du das hier gerade siehst, aber... Das kann doch nicht dein Ernst sein, als ob du das da siehst... Nicht... Als ob du das da nicht siehst! Da... Egal, machen wir weiter. Leute... Mega viel. Ach, ist das Salz noch dran? Ja... Ich will dich verarschen. Ähm... Er fragt, ist das Salz noch dran? Wo? Da sieht man doch... Da! Da! Und da! Sieht man überall Salz! Oh mein Gott! Digga, bist du... Keine Ahnung. Ich spür jetzt mal ein bisschen vor. Boah, du machst gleich ein Kartoffel, die Chips aus, und der Freund tut nur so? Nein. Übrigens, der Freund, ich heiße Götz, äh, Götz mit Vornamen, also... Einfach nur heftig. Hä? Ja, es wird heftig. Es war auch heftig. Meine ganze Zunge hat fast gebrannt. Wenn ich dich ein Schadeschüttel will, dann soll ich doch das Salz nicht. What the fuck? Wir müssen sie sehen, als ich... Leute, da komm ich jetzt. Wahrscheinlich die 10 Likes, Alter, aber wir müssen das schaffen. Oh Leute, das ist die... Diese schwarz-rot-blau ist die Flagge von Ostfriesland, deshalb wundert euch nicht. Ich bin ja Ostfriesland, deshalb... Okay. Da, hat er ganz leicht sein Gesicht verzogen, habt ihr es gesehen? Da komm ich halt. Da hat er nur lange Haare, jetzt hab ich ihn ein bisschen kurz. Auf der Fall, der kann man die Kamera auch nicht platzieren. Die war sehr, sehr gut. Ich sag dem Moment, wo der Typ einfach aushört, in die Cover reinguckt. Ich bin kein Typ. Aber ich hab nicht in die Kamera... Ich wusste gar nicht, dass er mich prankt. Wie soll ich denn in die Kamera gucken? Er war egal. Äh, warte, warte mal, warte mal. Ich glaub, ich hab da einen Etis. Warte, mein Vater... Er nimmt dir einen Mund und Etis denn? Aber er konnte doch nicht mal, äh... Geschmack empfinden. Na klar hab ich Geschmack kaputt, warte mal. Ich spur mal kurz zurück. Wir sehen uns gleich. Da hab ich's... Da, seht ihr das? Seht ihr das? Da, genau da! Hab ich das auf meiner Zunge gehabt. Da! Siehst du? Ich hab's auf meine Zunge gehabt. Hab reingebissen. Das Salz ist auf meine Zunge gefallen. Bam! Richtig ekliger Geschmack, ey. Und Leute, das war's mit der Reaction, ähm... Und, ja, ähm... Wenn du es siehst, ich grüße dich an der Stelle. Und, ähm, ja... Ich würd sagen, das war's mit dem Video. Ich würd sagen, ciao, Leute! Ciao!